Hallo. Also ein kurzer Bericht zum heutigen Tag. Ich bin überglücklich. Ich komme gerade frisch vom Pferd. Ich bin gerade abgestiegen und ich hatte eine super Prüfung und habe eine Riesenfreude. Ich bin auch vor kurzem abgestiegen. Nein, der Quali war extrem brav. Wir hatten einen sehr starken Regenfall vor unserem Ritt und er wollte nicht so gerne durch die Lacken gehen, aber an sich war er wirklich sehr brav und ich bin auch sehr zufrieden mit ihm. Also der Tommy war eigentlich auch super brav. Es ist unser erstes Championat, jetzt waren wir beide so ein bisschen nervös und hatten ein bisschen Startschwierigkeiten in der Box, weil er so ein bisschen Platzangst hat und nicht ganz rausgehen wollte. Es war halt ein bisschen ein Wunderin, aber wir haben gekämpft und ich glaube unser Bestes geben. Und alle drei haben unser Bestes geben. Neuer Tag, neues Glück, wie man so gut sagt. Wir starten durch.